und hiermit ein herzliches willkommen beim tuxa so das wäre jetzt hier meine neue sd2 iec karte und die habe ich mir jetzt aus dem einfachsten grunde geholt nicht weil ich mit dieser karte nicht zufrieden bin also die ist wirklich richtig top nur bei der karte habe ich das problem wenn ich den jetzt hier rein stecke im seriellen schlott ja dann kann ich keine zusätzliche floppy anschließen und das kabel hier ist einfach viel zu kurz um das von hier aus in die floppy rein zu stecken deswegen habe ich ein verlängungskabel gesucht da bin ich leider nicht fündig geworden oder beziehungsweise was ich gefunden habe das war so teuer da konnte ich mir gleich eine neue steckkarte kaufen und da ich für meinen zweiten c64 auch noch so eine sd2 ac karte benötige dachte ich mir so komm dann nimmst du diese lösung und dann kann ich dann hier dementsprechend in die floppy rein gehen bzw ich nehme mal jetzt hier das original kabel von der floppy und das kommt dann hier rein passt auch stecke es jetzt nicht rein weil erst mal abschecken muss ob die auf laufwerk 8 oder laufwerk 9 getrimmt ist hier sind so drei kleine kippschalter und damit kann ich die laufwerksbuchstaben einstellen ich denke mal die wird wohl auf 8 eingestellt sein und genau den test mache ich dann wenn ich das dann weiß dann muss ich halt eben einfach mal schauen ob ich die floppy jetzt hier auf 9 switche oder einfacher ist es wenn ich hier einfach nur um switche das muss mir noch überlegen aber erstmal mal im generellen funktionstest ob das ding genauso funktioniert ja wie diese hier ich sehe gerade ich glaube ein theoretisch könnte man das jetzt auch so anschließen ob das wirklich sinn macht keine ahnung aber es müssen eine option weil diese sd2 ac karte die bezieht hier aus diesem port den strom und die dementsprechend von ihr ja ansonsten hat die die gleichen anschlüsse wie die wie die andere sd2 ac karte auch hier wäre ja dieser msd kartenslot hier wären die jumper für die laufwerksbuchstaben der anschluss für ein zweites disketten laufwerk oder drucker und auf der anderen seite wäre dann der anschluss für den seriellen port in den commodore hinein und der blaue anschluss der geht auch in den commodore hinein und zwar in den kassetten port und von da aus bekommt ihr einfach nur strom auch dieser kartenslot hier hat hier so ein fehlermechanismus das finde ich eigentlich sehr gut ja dann hätten wir noch zwei schalter einmal vor und zurück der ist dafür zuständig dass man zwischen einzelnen disketten image wechseln kann und dann hätten wir hier noch reset schalter ja und viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen ja soweit ist alles angeschlossen den lasse ich erstmal noch moment raus die karte kommt zur seite ja alles ist auf position ich schalte den commodore an moment raus soll ich natürlich an machen ja ich drücke einfach mal f7 und es funktioniert es funktioniert sehr gut ich starte mal einfach mal zum testen irgendein spiel hier und wie man sieht wird von der sd2i ec problemlos geladen klar muss ich jetzt noch ausgiebig testen weil es gibt doch das eine oder andere kniffige datei image was so ein bisschen rumzickt und da bin ich auch mal gespannt wie sich diese version jetzt hier schlägt aber ich gehe mal davon aus da die alle baugleich sind dürfte sich da eigentlich nichts tun dieser reset schalter ist kein ganz normaler reset schalter damit man die commodore resetten kann sondern dass man wieder zurück ins root verzeichnis kommt dafür ist dieser reset schalter der normale reset schalter wie einer final cartridge der bewegt natürlich dass man wieder zurück ins commodore basic kommt und jetzt habe ich ja gerade drauf gedrückt auf den reset schalter und jetzt müsste ich wie am root verzeichnis sein voila da wäre ich wie am root verzeichnis dafür wäre der da und hier kann man zwischen den einzelnen image hin und her wechseln wenn man halt eben dementsprechend dann auch diese auto swap datei angelegt hat hat und einen normalen reset schalter hat die jetzt nicht das hätte die jetzt hier die hat einmal normalen reset schalter dass man den ganzen commodore resetten kann der wäre jetzt hier an der seite der jetzt hier rechts oben das wäre jetzt quasi ein ja floppy reset sag ich einfach mal um ins root verzeichnis zu kommen und hier drüber würde man dann die laufwerke einstellen über einen jumper der ist jetzt hier auf laufwerk 9 eingestellt ja so würde das schützchen aussehen mit dem ich auch sehr zufrieden bin gut ich mache den commodore noch einmal ganz kurz aus und schlafen laufwerk 9 so ich stelle mal hier den kleinen jumper um ich meine das müsste der obere sein so ich denke mal den muss ich einmal umswitchen und dann müsste ich eigentlich laufwerk 9 haben wenn ich ganz normal jetzt hier über die f7 taste drücke zeigt er mir an die wies not found das müsste eigentlich richtig sein weil er nämlich auf 0,8 eingestellt ist jetzt gebe ich ein 0,9 ein und schwupps wird das dann dementsprechend auch funktionieren wenn ich jetzt nochmal f7 drücke ja dann hat er das verstanden dass er auf laufwerk 9 jetzt ist ich lade mal den filebrowser und dann sehen wir auch dass das laufwerk jetzt richtig initialisiert ist gut commodore wieder aus original floppy rein so alles ist miteinander verbunden so würde ich sagen floppy an komm mal durch ran die skette rein f7 und prima das setup funktioniert auf jeden fall die skette wurde geladen ja was will ich mehr wenn ich von der sd2i4 laden möchte dann muss ich dann dementsprechend in dem fall jetzt 0,9 eingeben ja und dann hätte ich dementsprechend das menü von laufwerk 9 ja was ich jetzt schon sagen kann also die handhabung ist natürlich definitiv besser man kommt hier viel besser dran sag ich mal als wenn man jetzt mal hier so nach ganz hinten greifen muss das ist auch noch so ein kleiner luxusvorteil den man jetzt hat ja ich mache hier gerade mal einen test wie sich die sd2i4 karte schlägt turn the disk ja jetzt haben wir noch mal eine runde einfach hier drauf drücken ja jetzt steht da nochmal turn the disk drücken wir nochmal drauf ja und jetzt läuft es aber das ist normal man weiß nie so genau in welche richtung muss man die diskette drehen weil jetzt hier zwei images drauf sind also gibt es drei verschiedene möglichkeiten deswegen muss man da manchmal öfter drauf klicken ja und wie man sieht das spiel wurde ordnungsgemäß geladen das wollen wir ja gut ich will ja jetzt hier nicht zocken ich will hier ein bisschen testen resetten wir mal wieder alles so jetzt kann ich euch das mal mit dem floppy reset zeigen jetzt habe ich ja gerade ein disketten image gemountet und auch nach dem reset ist man immer noch in den disketten image drin das ist auch richtig so und das ist auch gut so ok jetzt muss ich darauf achten dass ich laufwerk 8 nicht mit laufwerk 9 verwechsel das ist wie gesagt laufwerk 9 nach dem reset muss man ganz kurz sagen was 9 ist oder was das haupt laufwerk ist so jetzt gehen wir mal list ein und jetzt sehen wir einmal ich mach mal eben auf stop jetzt sehen wir es immer noch in metal warrior ultra drin in diesem disketten image seite 2 hier steht es welches ich gemountet habe genau wenn ich jetzt auf reset drücke das ist hier da seht ihr jetzt nicht da der kleine schalter so ganz ganz kleiner schalter hier seht ihr den da dieser schalter hier einmal drauf drücken jetzt habe ich ein reset gemacht die ansicht bleibt immer noch so wie sie ist jetzt gebe ich noch mal 0,9 ein list und jetzt bin ich wieder in mein root verzeichnis also dafür ist dieser floppy reset auf jeden fall sehr gut ich starte nochmal den file browser so wenn man jetzt disketten image hat ich kann ja mal ganz kurz in eins hineingehen bleiben wir ruhig mal bei metal warrior so genau das wären jetzt die drei disketten image das wären jetzt die drei disketten image die zu dem spiel metal warrior ultra gehören ich habe die jetzt genannt mw0 und mw1 und mw2 d64 ist das disketten image das wären praktisch vollwertige disketten jeweils eine seite so und wenn ich jetzt gleich dort hineingehe und er sagt zu mir disketten wechsel vornehmen dann habe ich ja die beiden knöpfe und je nachdem wie ich jetzt drücke eigentlich muss ich auf vorwärts klicken dann geht er in eins rein dann geht er in zwei rein wenn ich nochmal vorwärts klicke dann geht er wieder in null rein so aber wenn ich jetzt auf auf die andere richtung drücke dann ist er dann logischerweise in zwei und dann muss ich dementsprechend zweimal drücken weil er die diskette eins haben will man kann sich das auch jetzt irgendwie einfach merken rechts ist vorwärts links ist zurück oder umgekehrt da steht sogar drauf das habe ich bis morgen eh wieder vergessen und deswegen kann das passieren dass man dann je nachdem dann öfters drauf drücken muss genau und diese information die ist in diese auto swap list datei drin ja entweder erstellt man die sich selbst ganz normale text datei txt datei und das einfach dieser inhalt als text untereinander aufgelistet mehr ist das gar nicht oder man drückt jetzt beide gleichzeitig und dann wird auch diese auto swap datei erstellt ja und das wäre auch schon das ganze geheimnis mit dem umswitchen von diskette 1 zu diskette 2 und man braucht natürlich auch einen vernünftigen file browser das man da reinkommt so jetzt bin ich da mit enter reingegangen und jetzt wird praktisch aufgelistet der ganze disketteninhalt oder ich mache es am liebsten mit Q komme ich da wieder raus dann lade ich mir das directory nochmal so und dann hätte man praktisch ups ich mache das nochmal damit man das vielleicht besser sieht das ist ziemlich lang als directory dann hätte man jetzt praktisch wäre die klassische ansicht so wie man es von früher kennt halt eben ist aber genau das gleiche halt und dann kann man hier auch dementsprechend hoch gehen und dann load,8,1 eingeben beziehungsweise,9,1 oder weil ich die Fire & Cartridge habe kann ich das ganze auch über diese F-Tasten dann starten einfach F5 und dann kommt ein habt ihr es noch gesehen dann steht da die load und dann wird es ruckzuck dann geladen genau das gleiche mit run entweder geht man run manuell ein oder über die F3-Taste und dann hat man hier dementsprechend auch ein run ja soviel zu dem ganzen setup hier ja ich würde sagen ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal Glück auf ab und oh bis zum nächsten Mal